Moment, jetzt bitte. Das marktgräfliche Opernhaus ist das größte erhalten gebliebene barocke Hoftheater. 90% der Substanz aus dem 18. Jahrhundert sind hier im Zuschauerraum erhalten. Der Zuschauerraum bietet ein wirklich extrem interessantes Erlebnis des Klang- und optischen Illusionstheaters des 18. Jahrhunderts. Bei der Sanierung haben wir auch die Einheit von Bühne und Zuschauerraum wiederhergestellt. Und die Farbwirkung im Zuschauerraum entspricht nun nach der Reinigung der Farbwirkung des 18. Jahrhunderts. Vielen Dank.